Und damit ganz herzlich willkommen an dem heutigen Montag-Stream. Heute wieder Command & Conquer Generals. Wir machen heute mit der Kampagne weiter. Und zwar mit der GBA natürlich, wo wir letztens aufgehört haben. Mein Name ist der Ed und ja, sei willkommen. Ich nenne die Show und viel Spaß beim heutigen Stream. Auf geht's! Würde ich mal behaupten. So, GBA Mission 2 ist das heutige Ziel. Auf geht's! Mein General, unsere Spione haben erfahren, dass mehrere LKW und Flugzeuge der UNO mit Nahrungsmitteln und Nachschub nach Almaty unterwegs sind. Im Namen der unterdrückten Völker dieser Erde sollte die GBA diese Lieferung abfangen und im Sinne unserer gerechten Sache verwenden. Jo, machen wir. Kein Problem. Wir probieren es zumindest. Mhm. Ja, ja. Der Truck gefällt mir ganz gut. Die UN-LKW sind da und diese Dunkel verholen sich ihre Geschenke. Irgendwie die Größe der Figuren passt irgendwie nicht zur Größe der Wagen, oder? Bisschen größer als die Panzer und so weiter. Die Amerikaner sind abgeladen. Die Amerikaner rücken ab. Wartet. Warten. Jetzt erledigt diese Schafe und holt euch unser Eigentum zurück. Na dann. Verderben den Gesindel! Die Selbstgüter gehören uns! Auf die eigenen, äh, eigene Bevölkerung. Ja, das ist schon derbe. Ja, das ist schon böse. Ja, was müssen wir tun? Hm. Was haben wir denn da? Ähm. UN-Konvois bringen Hilfsgüter in die Dörfer der Region. Wir brauchen das Material wesentlich dringender als diese Bauern. Mhm. Okay, äh. Der UN-Konvoi wurde hier gesichtet. Okay, dann sammeln wir erst mal ein. Ach, ich muss ja wieder umdenken. Ich hab ja die letzte Zeit die anderen, äh, Dinger gespielt. Ähm. Okay, jetzt haben wir hier die RPG-Einheiten. Die finde ich immer ganz, ganz anständig. Ich brauche nochmal einen, ähm, einen, der bauen kann. Und was ist das hier? Das ist ein normaler Dings. Okay. Also, irgendwo soll hier wohl was sein. Dann sehen wir mal zu, dass wir das Ganze abfangen können. Können wir nicht in Frieden leben? Ja, Waffenhändler. Ganz wichtig. Ich brauche den. Oder? Liefert Fahrzeuge, genau. Ich brauche den. Damit wir Fahrzeuge bauen können. Ähm. Brauche aber noch ein paar von den normalen Arbeitern, damit wir hier Zeugs ranschleppen können. Genau. Aha. Hier befindet sich ein weiterer Versorgungskonvoi. Wir haben einen Krieger verloren. Ran, ran, ran. Holt durch den Konvoi. Nicht durch. Nicht, dass er durchkommt. Ah, sehr gut. Wir haben einen Krieger verloren. Nicht so gut. Die Dorfbewohner stehlen unsere Hilfsgüter. Wir müssen sie aufhalten, General. What? Konvoi ist im Zielgebiet. Okay, Jungs. Ihr geht Zeugs zu holen. Du, mein Freund, baust hier bitte mal den Typi da. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal noch einen, ähm, was haben wir denn jetzt? Skorpion oder gleich den Marauder-Panzer. Mit einem Upgrade. Skorpion. Und ein paar von den Jeeps. Und wenn wir haben, noch ein paar von den RPG-Einheiten. Die finde ich mal ganz gut. Aha. Hier befindet sich ein weiterer Versorgungskonvoi. Ran, holt euch das Zeug. Das ist ja interessant. Wir werden uns in den Gebäuden verstecken jetzt. Damit wir weiter vorankommen. Okay. Bauen wir nochmal ein paar Leute. Da holen wir das Zeugs. Und jetzt verteilt euch mal hier ein bisschen. Ah, da kommt er. Sehr gut. So können wir das gut abfangen. So fangen wir die Wunden aber ab. Einige Dorfbewohner haben unsere Rohstoffe gestohlen und verstecken sie in ihren Häusern. Brennen Sie die Häuser nieder. Wir brauchen die Rohstoffe. Okay, jetzt machen wir doch gleich. Da kommt der nächste Konvoi. Okay, Jungs. Also bis jetzt ist das easy peasy okay. Ist ja auch der erste, die zweite Mission, davon abgesehen. Okay, wir sollen irgendwas wegpusten, hat er gesagt. Warte mal kurz. Rang 2. Ach, jetzt kommt er von der Seite. Okay. Kein Problem. Genau, du bist ein Jäger und Sammler. So, hier wird es langsam voll. Hi. Hi Kiko, grüß dich. Die Dorfbewohner stehlen Hilfsgüter. Zerstören sie ihre Häuser und holen sie unser Eigentum zurück. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Freut mich. Oh, okay. Hier haben wir jetzt leer. Okay, wir sollen hier irgendwelche Häuser wegbomben. Okay, dann fangen wir jetzt hier alles ab. Also hier ist kein Problem. Manni. Och. Ähm. Hier befindet sich ein weiterer Versorgungskonfläu. Glückwunsch zur Beförderung. Wir haben einen Krieger verloren. Äh. Ziemlich müde heute. Weil wir waren... War eine krasse Nacht. Aber aufgrund... Ähm... Wieso repariert denn der da? Ist der doof? Du sollst ja nicht reparieren. Ähm... Aufgrund meines Hundes. Der Konvoi ist im Zielgebiet. Ich weiß gar nicht, wie lange wir es hier machen sollen. Also bis jetzt ist es easy peasy. Ja, ich habe da feste Zeiten, weißt du? Ich habe hier einen Streamplan. Und... Daran halte ich mich auch meistens. Ja, Kohle. So. Okay. Das haben wir auch jetzt im Griff. Jetzt holen wir uns hier noch was. Der Konvoi ist im Zielgebiet. Ja, ich habe auch meine festen Tage da, wo ich streame. Aber das... Das weißt du ja. Okay. Alles easy peasy hier. GBA ist wirklich... Easy. Ich weiß gerade gar nicht, was wir hier... Der UN-Konvoi wurde hier gesichtet. Wie viel wir da holen sollen von den Leuten? Auf in den Karodör dienstbreit. Aber das ist... Kohletechnisch... Kommen wir hier gut voran. Mal ganz kurz gucken. Ja, sehr gut. Ach, jetzt kommt er wieder von da oben. Können wir den da... Ja, da können wir den da auch schon ein bisschen bekabbeln. Oh, what? Und wie läuft es bei dir denn so? Der Konvoi ist im Zielgebiet. Ich hoffe doch mal gut. Ich hoffe doch mal sehr gut. Also das hier ist echt... Hippifax bisher. Die Mission. Oh, fahren wir mal da hinten hin. Gucken wir mal, was da los ist. Die Hilfsgüter gehören uns. Vernichten Sie die Zivilisten und ihre Häuser. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Okay. Wir sind ja schon dran. Oh, du heiratest am Montag. Na dann gratuliere ich doch schon mal. Wir wollen kämpfen. Das freut mich doch. Der UN-Konvoi wurde hier gesichtet. Dass das alles so gut bei dir läuft. Dann mach die hier weg, komm. Dann machen wir die ganzen Gebäude jetzt mal platt. Ah, zack, den noch. Der UN-Konvoi wurde hier gesichtet. Ja, okay. Dann machen wir ja ein paar Sprengpfeilen nur hin, weil es so schön ist. Genau, machen wir die ganzen Gebäude jetzt nieder. Also. Ohne technisch, wie gesagt. Hier befindet sich ein weiterer Versorgungskonvoi. Er glaubt, der Ernsthaft, der kommt hier durch. Glaubt der Ernsthaft, der kommt hier durch. Was ist denn? Ich glaube, es hackt hier. Oh, von da hinten mal. Meinen Glückwunsch. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Bald haben wir alles, was wir brauchen. Ja. Das freut mich. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, ja. So, mal gucken, was... Oh, hier ist eine ganze Menge. Wo ist jetzt? Mach den mal weg jetzt hier. Wir haben einen Krieger verloren. Sauerei hier. Ich habe einen verloren. Was ist hier? Läuft noch einer lang? So, komm. Bauen wir mal ein bisschen schneller hier. Die Maraudeur-Panzer sind hier echt feine Sache. Zweitens ist hier zusammen sind die von den Versorgungsflugzeugen abgeworfenen Hilfsgüter. Ja, wir sind doch dran. Ein US-Flugzeug. Schießen Sie es ab und bergen Sie die Hilfsgüter. Na komm. Sehr geil. Okay, ähm... Genau, Skorpionstich zu. Wir haben einen Transport bringen können, was unser Eigentum ist. Holen Sie Ihre Maschinen mit diesem Vierlingsgeschütz vom Himmel. Okay, Vierlingsgeschütz. Vierlingsgeschütz. Kann ich die jetzt bauen? Ja. Sehr geil. Jetzt wird es so interessant. Viellingsgeschütze. Extrems geil. Richtig geil. Haben Sie hier hinten etwa... Noch eine US-Maschine geordnet. So. So. Skorpionstich zu. Ey, der... Ja. Da kommt er nicht durch. Oh, die Ratte hat mein Dingsherr kaputt gemacht. Wir haben ein Transportflugzeug geordnet. Da hinten. Da hinten habe ich leider keine, ähm... Ich bin nur ein Bauer. Warte mal kurz. Ich tue, was ich tun muss. Immer noch mal nach... Nach... Ähm... Nachlegen jetzt. Genug Kohle haben wir. Ja, zum Glück. So, Jungs. Geht mal in den Tunnel. Das Ding hier ist gleich fertig. Sehr schön. Ach, da ist ein Panzer. Wir haben ein Transportflugzeug geordnet. Ja, ja. Wir sind schon unterwegs. Mach sie fertig. Mach sie fertig. Mach sie fertig. Ach, kein Problem. Doch, ich komme hier nicht in die Quere. Wir haben ein Transportflugzeug geordnet. Okay. Was ist denn hier los? Ähm... Doch. So, Jungs. Hier geht dann mal ein Stückchen vor. Alle mal in den Tunnel rein. Schön auf Masse produzieren jetzt. Wir haben ein Transportflugzeug geordnet. Mhm. Ja. Oh, Paladin-Panzer. Vorsicht jetzt. Ja, ja, wir sind da dran. Wenn der Tunnel hier frei ist, dann... Wow, echt? Ja, zack, boom. Direkt vor der Nase des Panzers. Noch eine US-Maschine geordnet. So, hol dir das. Kommt er von der Seite. Aber nicht weit. Zack, zack. Na los, alle mal rein hier. Ein US-Flugzeug. Schießen Sie es ab und bergen Sie die Hilfsgüter. Ja, natürlich. Natürlich. Genau, du bist nur der Bauer. Und ich bin derjenige, der hier alles... alles kaputt macht. Zweites Ziel sammeln die Versorgungsflugzeug ab und mit Hilfsgüter. Ja, da sind wir ja dabei. Na, dann gehen wir mal ran jetzt hier. Genug rumgespielt. Ein US-Flugzeug. Schießen Sie es ab und bergen Sie die Hilfsgüter. In diesem Stützpunkt befinden sich riesige Versorgungslager. Ja, wir sind ja schon dran. Wow. Wir haben einen Krieger verloren. Wow, da hinten, okay. Ja, aber von der Seite mit ran. Schnell an die Waffen. Hier hin. Ein US-Flugzeug. Schießen Sie es ab und bergen Sie die Hilfsgüter. Ja, doch. Oh, hol das. Scheiß. Typis. Mach die weg jetzt hier. Ja. Wir haben einen Transportflug von meinem Krieger verloren. Diese Jets machen mich jetzt langsam wuschig hier. Aber jetzt weg. Jetzt machen, komm. Noch eine US-Maschine geordnet. Okay. Ganz schön angeschlagen jetzt. Wir haben ein Transportflugzeug geordnet. Ja, komm. Ja, da kommen wir nicht ran. Was haben wir hier? Wir sind fast am Ziel. Nur noch ein Saro schießen Sie es ab und bergen Sie die Hilfsgüter. Okay, haben es gleich geschafft. Das ist ja echt easy peasy, ey. Nur Geld einsammeln. Das ist ja echt immer alles voll hier. 39.000 und Mission geschafft. Juhu. Wir haben unser Ziel erreicht. 40.000 US-Dollar. Wow, echt viel, ey. Und gleich weiter mit der nächsten Mission. In der modernen Welt lösen große Staatschefs Konflikte mit Worten. Okay. Die Zeitungen. Ich würde mich halten. Ich würde mich halten. Ich würde mich halten. Also das. Und jetzt. Das war schön. Untertitelung des ZDF, 2020